Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat am Dienstag ihren Jahresbericht vorgestellt. Die Landeskirche hat demnach im vergangenen Jahr über 450 Millionen Euro allein durch Kirchensteuern eingenommen. Aus dem Gesamthaushalt fließen zwei Drittel direkt in die Gemeinden und Dekanate. Der EKN geht es insgesamt recht gut. Im Vergleich auch zu anderen Landeskirchen dürfen wir uns nicht beschweren. Aber in den 20er Jahren werden uns dann doch noch Veränderungen erreichen, nämlich die geburtenstarken Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Und von daher wird sich dieses dann auch auf unsere Kirchensteuereinnahmen auswirken. Das alles im Blick will die Kirchenverwaltung ihren Sparkurs auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Sie war im hessischen Rundfunk das Gesicht für die Nachrichten. Alrun Kopelke moderierte unter anderem für die hessenschau. Nach 16 Jahren journalistischer Arbeit verlässt sie den Sender, um Pfarrerin zu werden. Der große Unterschied ist zum Beispiel, dass ich hier sehr viel Distanz haben muss, diese professionelle journalistische Distanz. Während als Pfarrerin kann ich viel mehr auf die Menschen zugehen und ich kann von meinem Glauben erzählen. Ich kann von dem erzählen, was mich persönlich berührt und angeht und was auch mein Leben einfach verändert hat. Obwohl der Abschied vom hessischen Rundfunk schwerfällt, freut sie sich auf ihren neuen Lebensabschnitt. Im September beginnt Alrun Kopelke ihr Vikariat in Frankfurt-Nied. Licht aus im Gallusviertel. Teil ohne Strom. Der Kindergarten der Evangelischen Friedens- und Versöhnungsgemeinde hat für einen Tag den Strom abgedreht. Die Kinder sollen dadurch lernen, wie wichtig Strom für unser Leben ist. Kein Licht, kein Telefon und auch kein Wasser. Das Mittagessen machen sich die Kinder an diesem Tag am Lagerfeuer.